und dass es hier weiter geht ja danke dafür so hier oben habe ich ja die gute plantagestube so hier sind samen hier auch jetzt einmal essen so also wir brauchen ganz viel eisen und ich will mehr dieser dieser räume bauen dafür brauche ich mehr super legierung ich mache mich jetzt auf den weg und zwar hier ist das wasser tatsache das ist wasser hoch geil das heißt hier wird wasser sprießen titan das wird immer mehr das heißt hier entsteht ein see tatsache hier wird es dann immer nasser hier ist eine kiste heißen dass das 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 nehme ich nur mit kiste sicherlich auch da gibt es hier hinten was mysteriöse steine oh eine absturz stelle die sieht aber heftiger aus das heißt wir bauen hier mal ich dachte schon wir können sie ja nicht das wäre es noch gewesen das wäre es noch gewesen ey ok super legierung bauplan hier nehmen wir definitiv 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 noch mehr materialen dann mit okay ok okay äußerst interessante bauweise äußerst interessante bauweise Okay, und hier geht's dann nicht mehr weiter. Doch. Hä? What the fuck ist das? Alles bläulich. Hier wird's dann rot. Komisch. Jetzt sind wir hier auf den Bergen und hier sieht man ganz gut. Oh. Hä? Wir haben jetzt ganz gut gesehen, dass unsere Base eventuell im Wasser sein wird. Und das hier, das fühlt sich jetzt wirklich nach und nach mit Wasser. Ja, die Kiste habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Gut. Ja, das könnte interessant werden. Auch ein Titan, ja. Ja, ich löse den Mikrochip ein. Jetpack T3. Geil. Sehen ist die nächste Stufe. Okay, das sieht gut aus. Ein Titan brauche ich mir. Da hinten ist das Titan. Ja. 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 Könnte es sein, dass das alles unter Wasser dann ist? Ich hoffe nicht. Sonst haben wir ein brutales Problem. Hallo? Ich dachte schon, Helglitsch, dass sich rein das geht, aber von der Darstellung her, wie das... das Fundament aufgebaut ist. Von diesen Blockkomplexen. So. Geil. Richtig geil. Und jetzt kann ich hier noch... Fenster reinbauen. Für das brauche ich wieder Eisen. Ja, wir müssen uns dann gleich mal eine neue Mitteilung erhalten. Schon wieder? Was will uns dieser anonyme Absender immer mitteilen? Das hier wohl schneller, ähm... Ja, ist das schneller vorgärts machen sollen? Oh, hier sieht der Weg jetzt offen aus. Tatsache. Er ist offen. Geil. Noch mehr Eisen. Boah... Heftig. Ich... Ich komme gleich wieder her. Nice. Bin gespannt, was wir noch alles so freischalten werden. Bis jetzt sieht es hier sehr gut aus. Da hinten werde ich auch noch so eine Abbaustelle bauen. So, aber jetzt zuerst einmal hier so zwei, drei Glasfronten rein. Das sieht ja sonst scheußlich aus. So. Gut. So, dann kommt man hier rein und, ähm... Folgendes. Dann geht hier eine Treppe nach oben. Ich denke mal, ich mache es so. Dann platzieren wir mal hier ein paar... Schon wieder zu wenig Eisen. Krass. Aber so schnell kein Eisen mehr. So. Also, wir haben Beweglichkeit. Kein... Kein neues Aluminium. Ah. Hier habe ich sogar noch mehr Eisen. Fidium. Weg damit. Silizium auch. Dann noch das Kobalt und die Nirma-Samen. Hat noch Platz hier. Gut. Eisen. Dankeschön für die Erinnerung im Kopf. Alles Eisen bei mir. Alles Eisen bei mir. So. Und jetzt stellt sich die Frage. Zuerst hier drin. Ähm... Schränke bauen. Jetzt stellt sich nicht die Frage. Ich mache einfach. Eins. Zwei. Drei. Zu wenig Eisen. Okay. Dann habe ich jetzt hier drei Schränke. Eine Reihe. Aber dann habe ich hier keine Schränke. Die würden dann eins versetzt sein. Und dann hier so weiter. Ah, ist nur ein Schlammsturm. Hm. Dieser Sandsturm wird kein leichter sein. Dieser Sandsturm wird mich nerven und so sehen. Hier ist er auch schon weg. So, hier hinten. Was produziert er nebenbei noch? Wärme und Luftdruck. Sehr gut. Alles nehmen. Jetzt hier raus. Wo so komischer Nebel ist. Hallo? Hallo? Ah, da kommt so ein Sandwasserfall. Sandwasserfall. Ich hab sie gesehen. Hier ist ne Kiste. Jawoll. Duska Blumen. Sauerstoff wird dort knapp, ne? Gut, dann gehen wir... ...zurück. Andere Möglichkeit hab ich nicht. Boah, und jetzt wird's noch knapp mit dem Sauerstoff. Schneller. Schneller. Los. Bewege dich. Fett. Jetzt kommt auch gleich die Meldung. Sauerstoffblumen. Ja. Gut. So wie's aussieht kommt auch hier Wasser. Oh, scheiße. Oh, Mist. Oh, nein. Das heißt, wir müssen umziehen. Ja, gut. Da kann man nix machen. Was brauche ich für so einen Nahrungstüchter? Habe ich alles? Okay. So, Samen, Auberginen oder Pilz. Ich mach mal Pilz. So. Nullensamen. Okay. Interessanter Name. So. Als nächsten Step dann. In der nächsten Session. Mehr. Strom. Dafür brauche ich. Superlegierung. Cool. Mehr Strom. Dann. Superlegierung. Sehr wichtig. Dann haben wir bald 5 MTE. Und die können wir nutzen, um einen neuen Rucksack zu bauen. Schild. Bringt mir nix. Kernreaktor T2. Dauert noch eine Weile. Herz Extractor T2. Ja, das wäre vielleicht besser. Pio Dom 2, Bohrer Stufe 4. Okay. Kernfusionator. Baumsamenverteiler. Okay. Okay. Hier wird noch ein paar interessante Sachen da genau von uns zukommen. Aber das sehen wir. Ich lese noch die Daten. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis in der Höhe baut. Aber ich bin mir im Moment nicht sicher warum. Wenn man es schafft, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Höhlen zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Eine letzte Sache noch. Sie können. Ende der Kommunikation. Die Nachricht wurde abgefangen. Hat eigentlich ganz unrecht der Kollege mit. Höher hinaus. Aber das sehen wir das nächste Mal wieder. Bis dahin. Halt rein. Peace.